Hallo und herzlich willkommen bei der vielleicht letzten Folge von FNAF 3. Ich sollte auch spielen, nicht mehr reden. Und ja, wir sind endlich in Nacht 5 angekommen. Ich lasse den Typen erstmal ausreden, weil der ist echt laut. Uh oh. Okay. Oh Gott ey, letzte Nacht. Mal gucken. Wenn wir das jetzt schaffen, wird es ein kurzes Video. Aber ich denke nicht, dass wir es hier auch für... Fürs Trine werden. Äh. Und falls wir das schaffen sollten, ja, das nächste Folge wird schon nach 4. Worauf ich mich überhaupt nicht freue, wenn ich ehrlich bin. Weil, oh Gott. Bei dem Spiel muss ich halt so gut zuhören. Und ein Fehler und ich bin tot. Alter, was? Er hat sich zweimal bewegt. Was sehr schlecht ist. Weil ich meine, er war... Oh Gott. Die Suche beginnt. Wendt. Da ist er. Hä? Es gibt zwei! Und man sieht, die Errors kommen instant. Also ich habe, glaube ich, ein, zwei Audios spielen und dann kommt instant Error. Kamera ist auch schon mittlerweile abgekackt. So. Du. Komm schon. Mach es mir einfach. Es ist zwei Uhr. Komm schon. Mach es einfach. Geh einfach in diesen Vent wieder rein. Lass mich den schließen. Mach es mir wirklich. Danke. So. Videoerror. Alles klar. Machen wir ganz schön weg. Und jetzt hören wir ihm gut zu. Er moved. Einmal. Da ist er. Rollen wieder zurück. In Hoffnung, dass er auch wieder in den Vent reingeht. Aber ich höre nichts. Das ist auch. Außer er moved wieder. Nein. Oh mein Gott. Das kommt eigentlich nur, weil ich die, äh, Ventilation geschlossen habe. Deswegen stört das mich die ganze Zeit. Er ist im Vent. Oh, ich hoffe er ist im. Ja. Er ist in der Falle. Wollte ich nicht. Wow. Okay. Stark. Okay. Egal, ja. Er ist im Vent. Oder aus dem Vent. War er nicht schon aus dem Vent? Ne, da steht er. Ne, gut. Kurz wieder zuhören. Er moved. Er ist wahrscheinlich jetzt eine Kamera weiter. Ja. Oh, 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 oh. Ne, 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 ne. Mich tricksen kannst du nicht. Ne, 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 ne. Du nicht. Komm wieder zurück. Gary, komm heim. Es ist hier Song, by the way. Okay. Okay, Freddy ist da. Oh, no. Jetzt habe ich den scheiß Vent offen gelassen. Don't do it. Hi. Okay, da brauche ich eigentlich nicht hingucken. Er ist nicht da. Jo, ich habe... Nein. Nein. Okay, geh, geh. Das war's. Ich habe ihn auch noch dahin gelockt. Ich genie. Ja. Und ich lock ihn noch dahin. Aber woher soll ich wissen, dass er instant kommt? Das hätte ich nicht wissen können. Und Funfact. Äh. Ich habe letztens... Urheberrechtsbeschwerde bekommen. Aber was heißt Beschwerde? Warnung. Wegen der... Titelmusik von diesem Spiel. Angeblich gehört jemand anderem. Aber... Foxy, so nicht. So nicht, Kollege. Boah, bin ich einen Schritt weiter gegangen, ne? Boah, wie ich den gesehen habe. Äh... Ja, f... Äh, finde ich schon krass. Ich meine, das Spiel gehört Scott Cawthon. Ein anderer lädt es hoch. Und YouTube denkt, yo, das ist seine Musik. So, hä? Hallo? Aber schnell, Ben. Oh, ich habe kein Audio mehr. Äh. Oh Gott, oh Gott, ey. Aber ich würde auch sagen, dass wir mir die Nacht nicht schaffen. Wie gesagt, wir erstmal aber trotzdem... Hi. ...zum nächsten Spiel weitergehen. Damit wir nicht irgendwo hängenbleiben. Ähm... Hi. Genau, würde ich dann erstmal zu 504 trotzdem weitergehen. Aber ganz gut so. Ja. Okay. Nicht erschrocken, zum Glück. Ich hasse diesen Charakter. Ich hasse den. Weißt du, du gehst in aller Sicherheit nach links. Denkst dir nichts dabei. Springcrap bewegt sich auch schon die ganze Zeit. Oh, oh. Perfekt. Perfekt. Easy. Alter, ich kann den Typen lesen. Killer, Schmiller. Was ist denn das für eine Puppe? Was ist das hier für eine Puppe? Das sehe ich ja erst jetzt. Hier ist... Ist das ein... Ist das... Hä? Ist das... Toy Bonnie? Hi. Aber warum ist der so... Warum ist der so dunkel? Der ist doch eigentlich da in diesem Haufen. Hi. Hör auf, Pulloom Boy. Versuch's nicht. Du wirst mich nicht jumpscannen. Komm schon. Ja, okay. Er... Bewegt sich wieder gut. Hi. Diesmal kein Error. Kurz hier diese Felder angucken. Irgendwas war ich hier mal. Oder ich... Nee. Hm. Vielleicht bin ich auch noch crazy. Crazy? Ich war immer crazy. Oh, er ist im Event. Easy. Gar kein Problem. Hab ich abgeschlossen. Außer er hat mich... Er ist woanders hingegangen. Das wär's. Ja, er kommt wieder zurück. Sehr schön. Moin. Hat der Trip gefallen? Ich hoffe, ja. Ja, komm, sterbe. Wir halten ihn da. Machen die einfach ganz einzeln. Das dauert viel länger, glaube ich. Ach, Alter. Das dauert trotzdem zu lange. Come on. Hi. Ja. Da haben wir ihn wieder. Alter. Gegen diesen Random Factor zu spielen. Hi. What? Warum höre ich hier eine Gefahr? Hier jetzt nicht mehr. Hör. Okay, kurz Buggy. Glaube ich. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Oh, da hab ich ihn. Haha. Ich. Skiller. Das war halt absolut random. What? Wo kann er hin? Hello. Okay. Ich mach einfach. Alles. Komm. Bitte. Gib mir alles. Dann sehen wir jetzt einfach, ob das schneller geht wirklich oder nicht. Eigentlich dürfte es schneller gehen. Vor allem bei zwei. Hallo. Schon wieder fett ignoriert. Hör auf, das zu ignorieren. Hi. Okay, ja. Er moved. Sehr schön. Ich meine, Wend war da geschlossen. Der linke Wend ist zu. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob er das ist oder Freddy. Ich hoffe, das ist Freddy. Ja. Sehr schön. Freddy ist da. Er ist gerade gemocht. Oh. Der hat verliebt mich. Verdammt. Das ist schlecht jetzt. Das ist sehr schlecht. Immer wenn der. Ja. Er geht in Wend. Wenn der Screen so schwarz-weiß ist. Oh. Was? Welchen Wend ist da? Nein. Bitte lass mich da schießen. Alter. Das ist so ein Witz. Die Spiele, ne? Ja, okay. Bevor es um die Screen geht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.